So und damit recht herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild und zwar diesmal im Multiplayer und zwar mit dem guten Box Fresh from Burning Gamers, vielleicht sagt euch das was? Da ist er, da steht er vor mir und es regnet jetzt hier, das fängt schon gut an. Es ist laut, ne? Quatsch, ach erstmal Handy putzen, wie immer erstmal Handy putzen. Schön wäre es jetzt, wenn ich näher an dich rangehen könnte, aber ich meine es geht ja gerade um den Zaun. Wir hatten gerade nicht tatsächlich das Problem, sag ich mal, der Schuss war bombastisch laut, aber der Rest war sehr leise. Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich gucke durch dein Handy durch, sehr interessant. Naja, wir schauen uns auf jeden Fall mal den Multiplayer von The Hunter an und ja, ich bin echt mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Also ich meine, alleine habe ich ja immerhin schon mal ein Reh erlegt. Eins? Ehrlich jetzt? Nur eins? Ich war noch nicht viel unterwegs, ich bin noch richtig, ich bin noch richtig unerfahren als Jäger hier. Oh, 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 Koyote, Koyote. Okay, auf jeden Fall muss man auch sagen, wir haben die Karte gewechselt, das heißt wir befinden uns auf einer nordamerikanischen Karte. Lake District sind wir gerade und genau Balmond oder wie das da heißt. Kannst du es aussprechen? Was, Balmond? Balmond oder Balmond? Achso, Balmond, ja. Balmond, okay. Wahrscheinlich Balmond. Balmond, hallo, Balmond. Okay. Ich hatte jetzt Raimund verstanden, da dachte ich so, what? Raimund, okay. Ja, Leute, aber wir sind ja nicht zum Plaudern da, wir wollen ja irgendwas fischen, ne? Ne, wir jagen, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, wir können, ich zeige das mal ganz kurz hier. Also Missionsliste, da ist jetzt nix hier. Wir haben aber hier Mehrspielerwettbewerbe. Also da gibt es dann sowas wie, erlege und verwerte als erster drei Dammhirsche, entdecke als erster fünf Tiere und so weiter und so weiter. Oder triffe als erster ein Tier aus mindestens 200 Meter Entfernung und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ähm, ich kann dich auch anklicken, ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, ich kann halt keine Mission annehmen, das kann wahrscheinlich nur der Most machen. Und mehr Spieler sieht er da auch. Genau, mit dem bin ich jetzt, ähm, ich weiß nicht. Ja, ich kann euch kurz zeigen. Man könnte jetzt natürlich einfach mal hier, was ist Herzensbrecher? Was ist das? Was macht das? Jetzt hab ich's angeklickt. Herzensbrecher. Triff ein Tier mit einem Schuss ins Herz. Ja. Hast du's auch jetzt, die Mission, oder? Ja, ja. Okay. Das steht jetzt da oben. Ja, okay, können wir machen. Waffe raus. Aber ich meine, ich meine, ich weiß nicht, die Mission, das ist ja jetzt wirklich so ein Wettbewerb eigentlich. Ich dachte, man geht jetzt auf Treibjagd oder so. Ach so, das ist jetzt, ist das unter Wettbewerb ausgewählt worden, oder? Ja, ja. Okay. Das ist halt unter Mehrspieler und dann, äh, ja. Also ich kann den Wettbewerb auch jederzeit beenden. Okay. Nö, nö, ich gewinn das schon hier. Ja? Ja, ja, okay, okay. Top, die Wette gilt und so, ne? Ne, ja. Ähm, wir tragen übrigens wirklich schöne Kleidung hier. Ja, ich muss sagen, das ist Markenkleidung. Steht sogar. Outfitters. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist sogar hier, da steht sogar drauf, was das ist, ne? Ich wollte gerade auch zum Fernglas greifen. Egal, ich kann nicht auch, ne, hinterher schieße ich nicht aus. Du hast auch schöne Schuhe, muss ich sagen. Also muss ich, also super. Super. Hast du dich frisch geputzt? Ja, ich schülle, selber gesehen kann ich so nicht. Naja, okay, Leute, jetzt aber ein bisschen ernster, ne? Ja, genau. Wir wollen ja, äh, wir, ne, 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 sorry, das muss man anders formulieren, wir müssen jagen gehen, weil, äh, ah, da. Okay, wir können ja auch einfach zusammenarbeiten, also wenn wir jetzt so, ja, genau. Äh, auch wenn es jetzt, auch wenn es jetzt so als Wettbewerb ist, können wir ja zusammenarbeiten. Guck mal, hier habe ich bei euch jetzt schon Spuren. Siehst du das auch da? Achso, ja, da bin ich irgendwie vorbeigelaufen. Ähm. Und immer schön schleichen, wird mir immer wieder gesagt. Ich renne erstmal. Ja, ich, ich bin, ich bin immer zu ungeduldig dafür, muss ich sagen. Ich auch, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer so, ich denke so, ach komm, jetzt stehst du mal auf, jetzt, äh, so weit kann es nicht mehr weg sein, aber ich meine, das sind Fluchttiere, ne? Die sind, also zumindest die Rehe und so, die sind natürlich dann auch ganz schnell weg. Schwarzwedel hier, hier gibt es auch neue Tiere übrigens auf der Karte, wir haben uns ja nur die europäische weiter so angeschaut. Da hinten geht es weiter. Da ist es, wieder zum Wasser. Ne, aber was ich gerade sagen wollte, ähm, wir müssen natürlich jagen, weil, äh, ne, Populationsgrenze erreicht, ne, sonst gibt es hier nur kranke Tiere. Ja, genau. Das wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, also, hatte ich ja schon im Singleplayer gesagt, also, ich weiß nicht, ich finde das so, ich war voll im Jagdfieber. Moment, die Spur geht nach da. Warte. Und da geht auch eine nach rechts. Jetzt ist, ja, das ist jetzt wieder blöd gewesen. Weil man muss immer nur die blauen folgen, weil die gehören zum Tier. Äh, ich hab aber die blaue bei mir angeklickt. Ja, okay, dann müssen wir nach da wieder weiter. Eigentlich schon, also, weiß ich nicht. Okay, und diese eine blaue, einmal nach links führt die jetzt und einmal nach rechts so hoch. Wollt ihr auch? Ja. Okay, wo gehen wir hin? Hm, da links ist auch wieder eine weiße. Ich geh rechts. Ich geh links. Tschüss, mach's gut. Ja, mach's gut. Ne, wir können ja erstmal zusammenbleiben. Ich denke, dann kann ich auch mal sehen, wie du vor mir hin... Okay. Vor dir her kriegst du's. Also ich muss betonen nochmal, ich bin kein Profi-Jäger, also... Ähm, ich auch. Aber das hat mir halt im Singleplayer schon gesagt, es ist so, ähm... Ich kann die Faszination voll verstehen, so, ähm... Das kam halt direkt auf Kommentaren. Mann, jetzt hab ich echt die Schnauze voll. Die wollen uns hier verarschen. Was? Die führt in eine andere Richtung. Ich würde mal sagen, hier war ein richtiger Paarungstanz. Ich glaub's auch. Da ging's richtig zur Sache. Ich glaub, wir sollten erstmal ein bisschen laufen, weil... Weil wir eben... Ich hab hier eben einen Testschuss gemacht, ob meine Waffe funktioniert. Stimmt. Deswegen sind die Tiere wahrscheinlich ein bisschen ausgetickt. Genau, da muss man noch dazu sagen, ich hatte irgendwie die Kopfhörer noch richtig laut aufgedreht. Und das war echt laut. Also ich hab mich richtig erschrocken. Das, äh... Ja. War aber eine Erfahrung wert. Man muss ja sagen, herrliches Wetter haben wir hier. Ja, endlich wieder, ne? Es hat ja erst... Ja. Geregnet. Wie blöd. Beziehungsweise erst was Schönes. Es hat geregnet. Und jetzt ist wieder, äh... Ne? Hier ein paar Schäfchenwolken. Oh, hier ist eine Losung. Oh! Alter! Okay, jetzt legen wir uns mal... Warte. Oh, falsch. Das war der Brunftschrei. Genau. Untersuchen. Äh... Oh, Moment. Ich leg mich mal... Dieses hinlegen, ne? Du kannst... Warte mal, das ist auf, äh... Ypsilon. Ypsilon, ne? Ähm, aber... Also das bringt überhaupt nichts, weil du kannst hier nicht schießen, weil du siehst einfach überhaupt nichts im Gras. Was? Diese schönen Stoffbären und so. Der war doch da irgendwo, ne? Also, es war ein Brunftschrei. Das ist gut. Das ist eine Losung Man muss einfach Geduld haben Das wird mir immer wieder betont Ich bin einfach zu ungeduldig Ja, ja, ich auch, ich auch Aber das Ding ist Das hinlegen, ich seh da nichts durch Ich seh auch nichts, aber ich seh Wenigstens ist die Losung Auf die ich gerade zugrieche, aber das ist eine andere Losung Und ich sollte nicht so oft eigentlich Alter, guck mich nicht so ins Auge Ähm Ich sollte nicht so oft Diese Tröte benutzen Aber, ja Da ist jetzt wieder eine andere Losung Genau, wir müssen nach links, glaub ich Also da ist was Blaues Also irgendwas ist da ja auch, wir haben's ja gehört Also Ja, es war ziemlich nah und es war ein Brunftschrei Das ist gut, hab ich gehört Weil ich hab ein bisschen Hunger, muss ich sagen Ja? Ein bisschen Ich dachte jetzt in der ersten Folge direkt so ein Erfolg Und dann ein bisschen was essen Kleine Stärkung zu uns Oh, da ist was, da ist was Da ist was Geradeaus Ich hör was Da kommen ganz viele Oh mein Gott Zinges Dreh dich Nach rechts Nach rechts Oh Oh Achtung, es wird gleich laut Achtung, es wird gleich laut Ach, bist du ver... Oh Was machst du da Ey, ich war noch nicht so weit Sorry Ey, geht's dir gut Ich konnte nicht anders, sorry Ey, sind die weg, ey Warte, die können noch nicht... Okay, warte, 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 warte Mist, ich hab's verletzt Schade, sorry, sorry Da war jetzt einfach der Wettbewerb Sorry, das war der Wettbewerb Der ist mir zu Kopf gestiegen Aber Du hast immer noch nicht Also ist bei dir nichts aufgeploppt Nein Weil meistens ist es auch so Dass das Tier noch weiterläuft Ein bisschen Und dann erst Ich sag mal stirbt Wenn du's nicht richtig triffst Ja, ich hab's nicht richtig Ah, Mist, sorry Sorry, da ist mir der Wettbewerb Einfach zu Kopf gestiegen Ich dachte, wir arbeiten im Team Aber wenn das so ist Übrigens Herz und Lunge Soll man wohl treffen Ja, ich Das war tatsächlich mein Ich hatte einen perfekten Schuss 100 ET-Punkte Hab ich dafür bekommen Der ging wirklich so Durch den Lungenflügel Ins Herz Okay Das war optimal Oh, ja, jetzt Sorry Sorry, okay Okay, ich halt jetzt Jetzt hast du noch einen gut Und dann Okay, hier müssen sie ja gewesen sein Hier müssen wir dann noch da Okay Hier ist Blut Warte mal Ist hier Blut? Hier ist Blut Oder? Ja, da ist Blut Yo Boah, du hast aber Oi, 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 oi Boah Du hast aber auch nicht was weggeschrubbt Das gibt's ja nicht Knochentreffer Guck dir das an Es muss nach da gelaufen sein Warte mal Ich glaub, es ist nach da gelaufen Tödlicher Treffer, ja Mist Also, was heißt Mist? Auf der einen Seite Aber ich Ich glaub, es ist echt nicht weit weg Das muss hier irgendwo sein Ja, hier gehen die Spuren auch Ah, das ist aber nach da Deswegen Da wär für jeden von uns eins dabei gewesen Und ich mach's kaputt Wann? Da ist noch was, glaub ich Sag mal kurz ein bisschen Ne, das verwirrt mich immer Manchmal ist es der Wind einfach auch nur der Ja, ja, das ist Wo ist das Ding jetzt? Ich weiß grad noch nicht Wie bei DayZ Da hört man ja auch mal dieses Klappern von den Türen Oder von diesen Toren Erinnere ich mich gerade Ich hab eine Zeit lang DayZ gespielt Und das war auch immer so Da dachte man Jetzt gleich kommt der Zombie um die Ecke Aber Nein Warte mal Wenn wir mal kurz hier über diese Böschung gucken Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher Wo das hier hingerannt ist Ne, weil hier gehen Hier gehen die Spuren weiter Ja, aber wenn ich diese Spur anklicke Dann geht's noch da Deswegen überlege ich gerade Ob's noch da gerannt ist Aber die können doch nicht Also das kann ich mir nicht vorstellen Dass das verletzte Tier dann auch In unsere Richtung gerannt sein soll Also ich weiß nicht wie das sein kann Äh, aber ganz ehrlich Probier doch mal einmal was aus Was machst du da? Achso Gucken ob die wieder kommen Ja, natürlich gut Aber sollen wir uns nicht eine Gute Position hier aussuchen? Also die war eigentlich Ach man Es ärgert mich gerade Es tut mir auch wirklich leid Ne, ist kein Problem Also das ist Das gehört dazu Also ich hab ganz Ich glaub fast die meisten Ich dachte schon was liegt hier Ich dachte hier liegt das Reh Aber das war nur ein Stock Ähm Auf jeden Fall Ich glaub die meisten Tiere Hab ich tatsächlich Ähm, ja mit Also ich hab getroffen Da ist was Da oben Warte mal Warte mal Da ist was Jetzt mal ohne Witz Da liegt was Oh Mist Ich wollte nicht ganz aufstellen Da liegt was Ich rede ja mal kurz hinten Ach das Losung Oh Okay Ne, was ich sagen wollte Äh Aber von hier oben Können wir das gut überblicken Ja stimmt Da hast du recht Ähm Jetzt aber nochmal was ich sagen wollte Also ich treffe meistens Ja Aber nicht an der richtigen Stelle Sodass die Tiere weiter rennen Und dann nach 100 Metern oder so liegen bleiben Und dann sterben erst Also die verbluten anscheinend Also das ist mir schon ziemlich oft passiert Ja ich meine mit Also denen schießt ja dann das Adrenalin Sowas von im Kopf Die rennen ja dann sowieso erstmal weiter Das ist ja wie bei Hühnern Wenn man sie enthauptet Die fliegen auch erstmal los Tja Ah da bist du Ich meine die Tiere werden weiter nach da Aber ich bin mir echt nicht sicher Wo die hingerannt sind Aber hier sind hier sind auch echt viele Spuren Also das sind jetzt neue Spuren Ähm ach genau Schauen wir auf dein Handy Das ist Quatsch Dass wir noch hier sind Weil mir wurde mal gesagt Das Dieses Jagdgebiet ist jetzt rot Ja das heißt da waren viele Tiere Wir haben da schon geschossen So wie ich das verstanden habe Achso Und weil wir hier schon geschossen haben Sind die Tiere wahrscheinlich auch weg Weißt du Weil die ja Ah okay Das heißt wir sollten mal hier rausgehen Und uns einen anderen Punkt suchen Weil ich glaube nicht Ich glaube nicht dass wir das Tier noch wieder finden hier Ja Weil wir haben ja auch nicht genau gesehen wo es hingerannt ist Obwohl warte mal Da oben ist so ne Spur Ja würde ich grad sagen Da oben ist so ne Spur Da können wir einfach mal hinrennen In die Rennen? Ja okay Ja also ich Äh ich schleiche Sagen wir's mal so Ja ich auch Weil die ganze Zeit jetzt so Äh Ja du wirst ja kehre bei den Büscheln die dir da ins Gesicht patschen Und führt die Spur? Ja lustig In die Gegengesetzte Richtung oder was? Ja genau Also die Wahrscheinlich kamen die Tiere von da Und sind dann nach unten gerannt Und dann haben wir geschossen Also Und dann haben wir die Spur verloren Genau Also sollten wir Boah ist das ne herrliche Aussicht Krass Krass ey Sieht cool aus Das ist schon Wahnsinn Also Das muss man dem Spiel echt lassen Also die Dieses Huch Wo bin ich denn drauf getreten? Äh dieses Panorama und so Ah das ist Auch Grafik Also Grafik Ja die Grafik ist einfach Wahnsinn Das ist einfach so Auf jeden Fall Also auch Hier allein diese ganzen Grasbüschel Und Pflanzen Und so Was das Wie sich das bewegt Und man tritt das ja auch teilweise Ein bisschen platt Ja das Das ist schon echt bemerkenswert Genau Finde ich Achso und jetzt Gleich da Vorne wird das ja dann So ein bisschen braun eher Das heißt da haben wir höhere Chancen Dann wahrscheinlich Genau Genau Das ist auch alles Es gibt ja noch ein Tutorial Ich weiß nicht ob du das gesehen hast Also so ein schriftliches Tutorial Sagen wir mal Mhm Das äh Schau ich mir auch mal wieder zwischendurch an Weil ich Ich kann mich auch absolut nicht In dieser Ich sag mal Branche aus Mit diesem Spiel Und Also ich kenn tatsächlich Ein paar Jäger Und Doch Jäger kenn ich auch Tatsächlich Ja und Ich find das irgendwie Komisch Ein bisschen unverständlich Wenn die dann abends so Glücklich mit ihrem Fuchs Nach Hause kommen Ich weiß nicht Aber irgendwie kann ich es Also ich kann es irgendwo auch verstehen Weil es ist ja so Natürlich ist man In der Natur Und Das ist ja auch so ein gewisser Nervenkitzel Das merkt man ja auch hier Es passiert lange einfach gar nichts Und dann im richtigen Moment Oder eben im falschen Moment Vor allem die freuen sich dann noch Wirklich Richtig Dass sie irgendwas Sag mal geschossen haben Ja Ja Das ist Das ist Deswegen Deswegen verstehe ich auch irgendwo Leute Die dann so sagen Sie haben eine Güte Da sterben immer noch Tiere Und ihr habt Spaß daran Das ist so Ja Ich glaub wir sollten ein bisschen Weiter links halten Weil ich glaub wir kommen dann Wenn wir weiter nach rechts gehen Wieder zurück Also Moment Ja Boah Die Aussicht Da hinten Die Berge Ja Schaut schon echt gut aus Boah Schaut schon echt gut aus Also allein diese Weitsicht Da Dieses Das Gefühl Ist einfach Das stimmt Ist sehr stimmig Das Ganze Ja Ich würd aber sagen Sengis Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder Auf jeden Fall Die Zeit vergeht doch recht schnell Fällt mir auf Ja ja Vor allen Dingen Erste Folge direkt erstmal spannend hier Ja Er hätte Hätte auch Besser ausgehen können Jetzt läuft hier irgendwo So ein armes verletztes Tierchen rum Es tut mir echt leid Ja wenn es überhaupt noch rumläuft Wenn es überhaupt noch rumläuft Vielleicht finden wir ja irgendwann noch was Verwesendes Keine schöne Vorstellung Ja Wie es weiter geht Sehen wir dann in der nächsten Folge Würde ich sagen Jo Ich würd sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Wenn das ist